Richard Stöss-Thos ist ein deutscher Politikwissenschaftler und außerplanmäßiger Professor an der FU Berlin. Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit sind Rechtsextremismus und Parteienforschung, Leben und wissenschaftlicher Werdegang. Stöss machte im Jahr 1965 die Kasekundenabitur und legte 1970 die Diplomprüfung im Fach Politikwissenschaft an der FU Berlin ab. Er arbeitete von 1969 bis 1996 am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung der FU Berlin. Dort war er zunächst bis 1971 studentische Hilfskraft und wissenschaftlicher Hilfsassistent bzw. Teilzeitassistent, von 1971 bis 1976 wissenschaftlicher Assistent und von 1976 bis 1996 wissenschaftlicher Angestellter. Stöss wurde 1978 bei Wolfedieter nahm mit einer Dissertation zum Thema »Konservative Revolution gegen den Basiskonsens«, die deutsche Gemeinschaft, Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland an der FU Berlin zum Dr. Phil. Ebenfalls an der FU Berlin wurde seine Habilitationsschrift im Jahr 1984 für das Fach »Politische Wissenschaft« zum Thema »Struktur und Entwicklung« des Parteiensystems der Bundesrepublik eine Theorie angenommen. Seit 1996 war Stöss Mitglied des Fachbereichs »Politische Wissenschaft«, des heutigen Fachbereichs »Politik und Sozialwissenschaften«, der FU Berlin und Geschäftsführer des Otto-Stammer-Zentrums »Arbeitstelle für empirische politische Soziologie«. Stöss wurde 2004 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Seit dem 1. April 2009 ist Stöss im Ruhestand. Richard Stöss ist Mitglied der SPD. Schriften Mit Horst W. Schmollinger Die Parteien und die Presse der Parteien und Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1974 Materialien zur Parteien- und Gewerkschaftsforschung Verlag Dokumentation München 1975 ISBN 3-7940-32233 Vom Nationalismus zum Umweltschutz Die deutsche Gemeinschaft Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher im Parteiensystem der Bundesrepublik Westdeutscher Verlag Urpladen 1980 ISBN 3-531-11512X Parteienhandbuch Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945 bis 1980 Vier Bände Sonderausgabe Westdeutscher Verlag Urpladen 1986 ISBN 3-531-118382 Band 1 AUD bis CDU Band 2 CSU DSU Band 3 EAP bis KSP Band 4 NDP WAVE Mit Reinhard Schneider Mennus mit Sozialer Wandel und Einheitsgewerkschaft Campus Verlag Frankfurt am Main UR 1989 ISBN 3-593-34044-5 Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Entwicklung Ursachen gegen Maßnahmen Westdeutscher Verlag Urpladen 1989 ISBN 3-531-12124-3 Die Republikaner Woher sie kommen, was sie wollen, wer sie wählt, was zu tun ist Mit einem Vorwort von Ernst Breit Zweite überarbeitete und erweiterte Einleitung Bund Verlag Köln 1990 ISBN 3-7663-21986 Mit Geru Neugebauer Die PDS Geschichte Organisation Wähler Konkurrenten Leske und Budrich Urpladen 1996 ISBN 3-8100-14648 Stabilität im Umbruch Wahlbeständigkeit und Parteienwettbewerb im Superwahljahr 1994 Westdeutscher Verlag Urpladen 1997 ISBN 3-531-130927 Mit Dieter Siegert Oskar Niedermeier Parteien Systeme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas Westdeutscher Verlag Urpladen 1997 ISBN 3-531-13007-2 Rechtsextremismus im Vereinten Deutschland HSG Von der Friedrich-Ebert-Stiftung Abteilung Dialog Ostdeutschland Dritte überarbeitete Auflage Bonn 2000 ISBN 3-86077-9400 Punkt Mit Wilfried Schubert Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland Eine Bilanz Leske und Budrich Urpladen 2001 ISBN 3-8100-31151 Mit Oskar W. Gabriel Oskar Niedermeier Parteiendemokratie in Deutschland Zweite aktualisierte und erweiterte Auflage Westdeutscher Verlag Urpladen 2002 ISBN 3-531-330608 Mit Oskar Niedermeier Melanie Haas Die Parteien Systeme Westeuropas VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2006 ISBN 978-3-53114-1114 Rechtsextremismus im Wandel HSG Von Nora Langenbacher Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin Dritte aktualisierte Auflage Bonn 2010 ISBN 978-3-8-6-8-7-2-5-6-5-0 Punkt Vorred Neueu Was die Verwitz t Du Jedes Honoré Vorred T Du Le Laut